Oh, oh, oh! Komm, wir ampen hier auch direkt mal wieder. Ja, wir spielen hier wieder Amped Hardpoint. Ne, einfach nur Hardpoint, wo man die Hardpoints ampen kann. Also verstärken. Ich habe mir das mal durchgelesen, da kriegt man doppelte Punktzahl von denen. Und man kriegt halt... Aua! Boah, er hat aber auch gut gekriegt. Man kriegt halt auch gute Punkte für die Titans. Ich habe auch für meine Titans mittlerweile 20% Bonus am Anfang. So, also dass sie direkt mit 20%... Oh, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Mit 20% schon direkt startet, mit 20% Ladung. Was halt auch echt nice ist, wenn man schnell an die Titans rankommen will. Und ja, darum dreht es sich ja eigentlich auch in dem Spiel, ne? Um Titans, mit denen man ordentlich durch die Gegend ballern kann. Ich hätte auch manchmal gerne einen Crappling gucken, muss ich sagen. Aber... Aua! Holy fuck! Das war so eine Gravity-Granate. Na, aber ich muss sagen, den Stim, den finde ich schon nice. Denn mit dem kannst du halt deutlich schneller werden und... Ja, da kann man halt zum einen Titans hinterherrennen. Die du dann, äh, bespringen kannst und dir die Batterie rausholst. Und zum anderen heilt es dich, was auch im... Ein oder anderen Fall echt nützlich sein kann. So, hier ist der erste gegnerische Titan. So, jetzt habe ich Stim aktiviert und jetzt bin ich dran. Also, das ist echt nice. Ich kriege Hard Damage von seinem Scheiß-Smoke. Ah! Alter, konnte ich die Batterie nicht mehr rausholen. So, die baller ich mal weg. Ich weiß immer noch nicht, was die machen, aber... Gut können sie ja nicht sein. So, pass auf, ich habe hier wieder den Mac-Launcher. Ach ja, die gehen doch auch auf Distanz. Da muss man ein bisschen zielen, aber... Das kann man machen. Näh, gar nichts hier verloren. Wir hängen ein bisschen zurück, aber kein Ding. So, wir sind gerade Level 10 geworden. Oder so zur Titan-Verfolgung... Äh, Pilot-Verfolgung ist das auch ganz nice. Bam! In your face. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man so einen special Move macht. Denn... Äh, irgendwie... Den von hinten packen und ins Genick brechen. Ja. Ins Genick brechen. Machst du da einfach so... In seinen Nacken rein. Ähm... Das Genick brechen. Ich hatte das vorhin einmal geschafft. Aber frag mich bitte nicht, wie. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich dachte halt, ähm... Ich dachte halt, ähm... Wenn man mehrfach Viereck drückt, dann springt er halt so nach oben raus aus seinen Titan. Und wenn man nur einmal gedrückt hält, dann, ähm... Springt er halt so normal raus. Titan! Genau richtig. Und ich dachte halt, wenn ich mehrfach R3 drücke, dass er dann auch einen Updruck an macht. Aber... Loll. Habe ich den gerade mit meinen Titan getötet? Bin ich gerade mit meinen Titan auf ihn drauf gelandet? Und habe ihn so zerstört? Alter. Ich bin unbesiegbar. Also, das ist der... Was krabbelt jetzt schon wieder über meine Hand, Mann? Nicht jetzt. Ich bin gerade im Titan. So. So. Wo ist der Junge hin? Alter. Ich glaube, ich habe hier eine Fliege in meinem Zimmer. Oder so ein Scheiß. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Heute mal nicht alleine. Ich habe heute einen guten Kumpel mit dabei. Die Fliege. Fliege, du kannst ja mal Hallo sagen hier. Oh, hallo. Ich bin Fliege. LP. Ich fliege und mache dabei LPs. Ich spiele verschiedene Spiele. Wie zum Beispiel Titanfall 2. Und bin heute zu Gast bei Elgemölti. So. Willkommen Fliege LP. So. Hey, dude. Do you want to kuscheln? Jawohl, der hat gesessen. Wir belagern dir hier jetzt einfach wie sonst was. So. Hallo. Do you have a moment to talk about Jesus Christ? Äh, nee. So. So, weg. Jetzt habe ich auch rausgefunden, nämlich... Äh, okay. Nicht jetzt, das ist schon ein bisschen länger her. Aber, wofür dieses L, äh, äh, die linke Dingens ist. Linke Pfeiltaste. Es ist halt so ein Electric Smoke, der da rauskommt, mit dem man den, ähm, Pilot, der auf einen drauf sitzt, wegmachen kann. Ich habe das früher immer so gelöst, dass ich halt, ähm, hier so hingemacht habe. Dann bin ich da durch. Und wenn man die Batterie rausholt, dann wird man ja nach hinten geschossen. Und da habe ich halt manchmal ein paar Kills gemacht, weil die dann in mein, äh, Dingens reingesummelt sind. Da meine Tripwire. Ja, ja. Nein! Nein! Das kann er mir nicht antun. Aber mal ein bisschen reinballern hier. Hallo? Sind sie noch da? Oh. Was bist du denn hier? Ach, das war, glaube ich, so ein Hologramm, oder? Aua. Nein, ich habe keine, keine. Okay. Ja, da. Oh, sogar ein Double Kill. Hoppala. So. Äh, ich würde mir jetzt eigentlich gerne da, ne, wobei, jetzt bringt das nicht mehr viel. Die Batterie zu holen. Denn wir waren schon so gut. Nein, und dann ist er natürlich über mir gewesen. Aber er war gerade noch in meiner, äh, in meiner Granate drin, die ich auf den Boden geworfen hatte, noch. So, das ist Amt. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Halten. Scheiße. Get on my level. Bester Name ever, ey. Da finde ich ja, da finde ich ja, Flieger-LP besser. Jo. Also, wenn es, äh, davon gibt es bestimmt eh ein, der Flieger-LP heißt. Davon gibt es hundertprozentig ein. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Bei so vielen komischen Namen, die ich's gibt, gibt es bestimmt auch Flieger-LP. Nice, gewonnen. So, oh, ne. Boah. Auf einmal kommt hier ein Titan. Okay, dahin müssen sie hin. Dann chillen wir uns mal da hin und gucken mal, wem wir da so wegnudeln können. Okay, zwei sind noch im Titan unterwegs. So. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht passen. Du sollst nicht facken. Kacke. Da hat er uns platt gemacht. So. Titan-Duell hier gerade. Was machst du denn? Hinhocken, ey. Das wird er verlieren. Das wird er verlieren. Versucht noch, auf ihn rauf zu kommen oder so. Oh, mit dem Grappling-Hook. Ja, aber der Typ ist schon raus. Der Pilot ist schon entkommen. Wobei, entkommen ist von denen gar keiner. Alle noch am Leben, aber nicht entkommen, oder? Neues. Wie sie alle auf... Na gut. Das war eine erfolgreiche Runde. Wir haben gewonnen. Sind Level 10 gekommen. Jawohl. Da würde ich sagen, beenden wir hier wieder das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Like da. Und über ein Abo werden wir uns natürlich auch immer wieder freuen. Und hoffentlich seid ihr auch wieder in diesem Video dabei. Tschüss. Tschüss. Euer Christian. Machos. Vielen Dank.